Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorsTV und in diesem Video geht es um eine speziellere Aktie. Ich habe sie schon mal in meinen Schweden-Aktien vorgestellt und der Anlass ist die Mehrwertsteuerveränderung. Ich will das nicht politisch kommentieren, ob das Sinn macht oder nicht, aber die soll ja in Deutschland für ein halbes Jahr gesenkt werden. Das heißt, ich bin ja auch ein bisschen politisch interessiert, da wurde auch diskutiert, was das wieder für Kosten verursacht ist, erst die Preise zu senken, dann wieder nach oben zu machen, was die Leute dann wieder umfrankieren müssen. Viele Leute werden die Preise einfach gleich halten, aber oft muss man die Mehrwertsteuer ausweisen. Das heißt, man muss das alles dann umetikieren, was natürlich auch wieder sehr, sehr viel kostet. Und das wäre jetzt so die Idee dahinter, dass das zum Anlass genommen wird, auf elektronische Preisschilder umzustellen, weil das damit natürlich viel, viel einfacher wäre und auch der Einzelhandel muss danach natürlich reagieren. Er muss die Herausforderung der Digitalisierung annehmen. Das heißt, dass man zum Beispiel Omnichannel macht, dass Leute online bestellen und das dann im Laden direkt abholen können oder zum Beispiel auch, dass man schnell auf Preisveränderungen aus dem Internet reagieren kann, wenn Amazon plötzlich minus 20% Preis senkt, dass man das dann matchen kann, wenn man sagen will, man hat immer den besten Preis. Und ein Unternehmen, das das anbietet, wäre Preiser AB. Ich habe mir zwei Firmen angeschaut. Es gibt auch noch die SES Immergotag. Die ist größer, ist vielleicht auch noch vom Produkt her noch umfassender. Ich habe mich allerdings für die Preiser AB entschieden aus zwei Gründen. Das eine ist, dass die SES Immergotag hat eine Mutter, denen gehört 70-80%. Und so Sachen sind immer schwierig, weil dann das Tochterunternehmen eigentlich nicht so die Motivation hat, hohe Gewinne auszuweisen, weil die Mutter eher, sage ich mal, zukaufen möchte am Aktienmarkt oder dass halt die Gewinne halt irgendwo nach Hongkong fließen, wo weniger Steuern anfallen, etc. Und die Mutter das auch eher ausweisen kann. Und das Zweite ist, Preiser AB setzt auf eine eigene Technologie. Also es gibt da relativ viel Wettbewerb, aber meistens geht es mit Radiofrequenzen mit WLAN. Und die setzen auf eine optische Kommunikation und sind dadurch auch eigentlich Qualitätsführer. Und es ist zwar ein bisschen teurer am Anfang, aber es hält einfach auch länger. Die Batterie wird weniger genutzt und zum Beispiel im Kaufhaus, ihr kennt das vielleicht selber inzwischen, also wenn mal irgendwie Besuch kommt oder jemand irgendwie ein Handy und Laptop mitbringt und alle loggen sich ins WLAN ein, irgendwann ist das überlastet. Und wenn halt jedes Preisschild irgendwie so eine eigene WLAN-Kommunikation hat, dann geschehen da halt auch mal schnell Fehler. Deswegen empfinde ich Preiser AB vom Produkt her auch ein bisschen besser und sind auch noch fokussierter dazu. Dazu, ich habe es schon angesprochen, Omni-Channel. Also sie haben dann auch so Lösungen, der Picker hat dann so ein Gerät und der läuft durch den Laden durch. Und wenn er was greifen soll, dann sieht das Preisschild, das in der Nähe ist und fängt an zu blinken. Also da kann man auch Effizienzen holen, dass die das halt schneller aus dem Laden holen. Oder wenn ihr vielleicht irgendwie ein Produkt im Laden nicht findet. Früher frägt man da irgendwie die Servicekraft, die weiß dann oft auch nicht oder man findet keinen. Da gibt es dann so Terminals und mit diesen intelligenten Preisschildern weiß man natürlich immer sofort, wo jedes Produkt zu finden ist. Also da sind schon ein bisschen Innovationen möglich. Und ich glaube, vielleicht noch ein dritter Argument. Amazon hat ja wirklich die größte Innovation bei diesem Amazon-Go-System. Das wird A natürlich vielleicht auch ein Wettbewerber, aber B wird es auch eine Innovation im Einzelhandel nochmal verschärfen, weil dann alle was tun müssen und richtig Druck nochmal auch auf ihrem Home-Turf bekommen. Vom Geschäftsmodell muss man sagen, Preiser AB fertigt diese Sachen nicht selber. Also das sind diese ganzen Bildschirme, das kommt alles aus Asien. Deswegen ist die Großmarge auch nicht so hoch. Und die Umsätze sind halt oft eher projektbezogen. Wenn man sagt, eine große Einzelhandelskette sagt, wir rollen das jetzt aus, dann gibt es halt ein, zwei Jahre viel Umsatz und dann wieder weniger. Allerdings kommen wir auch noch dazu, Wachstum ist da und natürlich irgendwann gibt es dann dann Replacement-Circles. Die halten lange, aber halt auch nicht ewig. Gerade auch mit den Batterien. Und das Problem ein bisschen, der Markt ist halt relativ klein. Also wird insgesamt auf eine Milliarde weltweit geschätzt, soll dabei mit 10% wachsen, davon vor allem in Asien. Ich glaube jetzt durch die aktuelle Situation, also das ist von irgendeiner Studie, ist das Wachstum deutlich größer. Aber das ist einfach nur meine Meinung. Das wäre jetzt zum Beispiel auch so ein Teil des Investment-Cases, dass die Markterwartung eigentlich nur von 2, 3, 4% Wachstum ausgeht in Europa. Ich glaube, das wird jetzt deutlich mehr sein und es könnte dann auch zu einer Neubewertung sorgen. Und ich habe es auch noch angesprochen, halt diese ganzen Sachen, alle müssen Innovationen bringen. Es gibt aber, wie gesagt, halt mit SRS Immergotag auch einen starken Wettbewerber, der auch gut verzahnt ist und sicherlich auch eine Alternative zu dieser Aktie ist. Also mir geht es eher um dieses Thema abzudecken und jetzt nicht speziell um diese Preis-IB-Aktie aus Schweden. Die wird von einer Finanzerin geführt, die davor auch schon bei Intrum Justitia und EF Education war, eine Interimslösung, würde ich sagen. Ja, also es ist natürlich schon Produkt. Ich mag lieber, wenn jemand aus dem Sales oder Produkt kommt oder generalistisch als jemand, der von den Finanzen kommt. Aber was gut ist, sie hat Aktien und auch das gesamte Management Board und auch die sind in allem Unternehmen beteiligt. Und es ist auch ein ehemaliges Unternehmen vom Neuen Markt, weil das mal schon mal super heiß ist, ist dann abgestürzt, aber hat sich dann ganz gut erholt. Und insgesamt sind die Mitarbeiter auch, glaube ich, ganz zufrieden. Also so eine schwedische Kultur. Vom Wachstum, Sie haben es ja schon angesprochen, sehen hier, durch diese Projektbezogenen ist es immer sehr, sehr am Schwanken. Unternehmen, das heißt, gibt es mal Jahre, wo es dann halt sehr, sehr stark nach oben geht, hängt dann immer halt an, zum Beispiel in Q4 haben sie einen hohen Order-Eingang von der amerikanischen Einzelhandelskette oder Supermarkt bekommen. Das werden sie dann abarbeiten, dann hat man erstmal wieder starkes Wachstum. Aber da kannst du auch mal wieder zurückgehen, das heißt, es ist ein bisschen bumpy. Sie waren aber profitabel, haben eine starke Bilanz mit auch ein bisschen Netto-Cash, was sogar eine ordentliche Dividende ermöglicht. Also es wäre so ein Titel deswegen, der auch vielleicht für Leute, die Dividendenaktien mögen, aber auch ein bisschen Wachstum und Fantasie gern dabei haben. Und deswegen plus, wie gesagt, halt diese Idee, dass es halt jetzt zu einer Sondersituation kommt. Aktie war lange im Seitwärtstrend, jetzt so seit einem Jahr ungefähr sind wir doch im Aufwärtstrend mit dem typischen, sag ich mal, Absturz im März, was man ja bei vielen Nebenwerten gesehen hat, aber danach auch eine starke Erholung. Natürlich, was ist das Risiko zu meiner These? Sie sagt, der Einzelhandel hat gar kein Geld mehr und verschiebt solche Projekte. Ich gehe jetzt eher von dem anderen aus, dass halt die starken Ketten etwas machen müssen und der Markt ist groß und Sie haben halt auch gesehen, gerade wie gesagt, vielleicht gibt es ja nicht nur in Deutschland solche Steuerveränderungen, sondern wir sehen das auch noch in anderen Ländern und das kann natürlich dann schon der Auslöser sein, bevor ich dann auch plus, ich habe irgendwie Mindestlohn in Deutschland und das sind ja oft auch Tätigkeiten so umfrankieren, was ja relativ repetitiv so stupide ist. Da kann es dann auch dann sinnvoller sein, einfach einmal das auszurollen, anstatt zweimal das komplette Sortiment irgendwie Neupreise zu machen. Insgesamt gibt es auch ein strukturelles Wachstum, was ich höher einschätze als die Markterwartung und ich finde die Aktie halt so Diversifikation so geeignet, wegen der geringen Marktgröße und jetzt auch, sag ich mal, dem bisschen nicht so ganz so stabilen Geschäftsmodell. Es ist das faire KGV, aber nur bei 17. 17 ist kein Qualitätsunternehmen, aber ein überdurchschnittliches Unternehmen. Ich habe jetzt die Gewinnerwartung für 21 ein bisschen höher als das, was zum Beispiel bei Investor drin steht. Trotzdem werden wir da jetzt auch nicht, sag ich mal, unterbewertet. Also die Aktie ist jetzt nicht irgendwie ein super Value Case, aber es ist einfach mal eine Idee auf vielleicht 6 bis 18 Monate, um darauf zu hoffen oder zu spekulieren. Also beim Investieren kann man ja auch eine spekulative Variante nutzen. Das ist dann oft so das i-Tüpfelchen, das ist mal eine gute Firma, die nicht zu teuer ist, wo auch das Momentum stimmt, dass da einfach noch so ein Investment Case gibt, was im Markt vielleicht noch nicht drin ist. Kann natürlich immer komplett falsch sein, aber wenn man falsch liegt und es nicht im Kuss drin ist, ist das Risiko auch nicht so groß. Ich glaube, das ist aktuell noch nicht so richtig im Kuss drin. Deswegen ist diese Aktie jetzt bei mir mal im Nebenwerte- und Dividendendepot gelandet. Ich sehe es jetzt auch nicht so richtig als krassen Wachstumscase, weil die Firma es ja schon länger gibt und das Marktwachstum in Europa nicht so hoch ist. Aber mit einer 3% Dividendenrendite, mit doch spannenden Produkten, also ich habe das ja im Mediamarkt gesehen, das kommt aber von einem Konkurrenten aus Frankreich, fand ich das auch als Kundenerfahrung einfach gut. Also man hat dann das Gefühl, das ist ein bisschen innovativer und ich glaube, dass das irgendwann immer mehr Standard wird. Die Produkte werden besser, es wird günstiger. Und der Kunde erwartet es dann auch. Das war also meine Meinung zu Preiser B. Einen der Marktführer im Electronic Shelf Labeling oder ich sage es mal elektronische Preisschilder. Ein Spezialfall, aber ich wollte die Aktie mal vorstellen. Das war, wie gesagt, meine Meinung dazu. Natürlich auch gern kommentieren. Ist bei mir auch im Wikifolio Nebenwerte Europa deswegen drin, aber noch nicht auf der Aktien-Ideen-Liste. Kann sich aber auch mal ändern. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.